ok sie haben sich entschieden sie legen sich hin aber bitte nicht auf meinen armen brauchen brauche ich jetzt danke auch nur mann lulu hatten brust und ein fuß fetisch jetzt wenn ich in erster fett ist heilig konzentration müssen jetzt gewinnen das habe ich meine probier verpackt weil sie wir sprechen brüster und du sagst mir was von konzentration entschuldigung ich habe eine katze an meiner brust die macht ihn nicht dasselbe wieder wie der zwergspitz wollen bei mir ich wollte mich auch fressen mich überall gebissen es hat sie keinen bock mehr weil sie nicht auf meinen arm legen durfte ja okay energy weekly report hat gewonnen finde ich am schönsten ich muss dann meinen reporten wo ich report gesagt habe ja ich finde ich finde review report da sind ja quasi zwei mal das ist wie schwanz schwanz machen cocktail review report dankeschön bester supporter nico gegen sind rein damit also auch spannend wieso kann die sich unsichtbar machen verschwindet im dag schön dass sie nicht naja egal hallo botlein nicht vielen ja da werden die letzten zwei games reingekackt auch kaum reingekackt kann man nicht ich hatte immerhin ein paar kills mit dem farm war ich auch nicht so schlecht ja es war vielleicht nicht das beste aber richtig rein gekackt so kann man es nicht nennen sagen wir es ist unglücklich gelaufen so ist das schon schön umschrieben immer den kann jetzt dann schade wir machen heute party was auch oben der viertel ist nach oben gegangen es geht hier unten so ab da kann ich nichts kann ich nichts tun vorhin war sie voll zurückhalten und jetzt und naja hat sie fesch sag mal bescheid wenn ihr den fidels seht darauf warte ich jetzt noch die ist ja halb nackt die kriegerin ok ich bin unterwegs bin unterwegs ok raus 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 auai ja sind drei aber es ist ein bisschen zu spät meine liebe macht die schaden holy fuck das habe ich fast geschmeet die ja jetzt stehe gleich Wir können uns da um. Hmm. So, ein bisschen zu langsam, leider. Okay, versuchen wir den Drake. Okay, das war schon mal okay, das war schon mal sehr gut. Der Dex hat so keine Schmitte gegen mich. Okay, Botlane, können wir da unten was machen? Ah, die haben gewollt. Gut Job. Ach, alles egal. Hauptsache, die sind tot. Junge, die Sintra wird ganz schön auseinandergenommen. Was ist hier? Bürolicht an. Ja, ist ja gut. Falsch. Lichtbüro an. Die sind hier am Harrod. Ich bin unterwegs. Ah, schade. Kommst du? Kommst du? Kommst du? Kommst du? Sind keine noch mehr. Ich komm. Okay, geil. Oh, ich komm nicht weg. Das ist schlecht. Aber nur ein Charge, das war auf jeden Fall okay. Okay. Oh, schön. Schon ne Ulti. Kann leider nicht dran. Ja, wer ist denn da? Oh, war das ein Schatten oder was? Ja, der kann so einen Schatten irgendwo hinstellen und der reagiert auch, also der blinkt und so. Musst du aufpassen. Ich geh aber wieder runter, weil die Jinx hat nicht aufgepasst. Ich wollte zwar nicht ihn töten, aber okay, nehme ich auch. Tschüss Jinx. Lass mal um den Drake spielen. Ich geh gerade basen, dann komm ich direkt zum Drake. Nice. Jetzt bin ich das Monster. Das ich schon immer war. Ich denke, das ist Vogelscheuche. Jax wird. Ich hab hier gerade hier. Ist Jax die Vogelscheuche? Nenne ich das Viertelstück. Auf jeden Fall die Vogelscheuche ist beim Drachen. Nice. Und trotzdem alleine. Kann nicht. Hey, wo ist denn jetzt Jinx gestorben? Kommst du raus? Nice. Sehr guter Trade auf jeden Fall. Ich versuche ihn zu holen. Boah, die Old. Oder hast du ihn gesehen? Äh, ich sehe den durch meine Passiv. Ah, er hat noch so ein krasses Schild. Er war, glaube ich, auch ein bisschen überrascht. Hätte er mich nicht so blöd gestunnt, wäre ich noch rausgekommen. So. Wir spielen. Ich kann hier eigentlich die anderen Boots holen. W stal den Fitzgerissen Okonow. Komm. 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 Du musst dich jetzt hier oben. Komm. 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 dann hole ich mir den blue blöde kuh die hat ja vorhin gesagt die will die braucht den blue ich habe in 20 und dann komme ich wieder runter gut gut job er hat aber auch schaden rausgehauen mein lieber alter ich brauche unbedingt mr schaden kommen vorbei ich muss mir gerade den herren machen können wir oben den tower holen können wir ich höre doch die nächste wavearten oder so ja ja Okay, come on, I'm in. ich wollte gerade rein springen das ist ein viertel gesehen habe war ja nicht so weit weg der findet immer noch hier ja ich wollte doch beim dragon helfen der viertel war unten also der hat oben seine komische scheiße wieder hingestellt das ist schon mega mega crazy und denkst du dir jetzt oben machst dann unten den track dann steht er neben dir hast du hast gott noch auf eine runde valorant und weiter das war der r-button immer noch nicht alles leer gemacht push die lane push the button push 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 in einem ward hat das mal wieder mhm lecker leona fuck alter ich hab D gedrückt aus Versehen erstmal flash gewasted da haben wir diese fiddlesticks da droppen da haben wir diese fiddlesticks oh das hat mir jetzt schön geholfen das war sehr nett alter macht die Sintra schaden solange du noch kannst holy maccaroni ich mach so lange noch mal toren was macht das eigentlich wenn man die Dinger kaputt macht aufdecken in dem zielbereich auch naja das ist nur dem zielbär dass man auf 1 flachsinnig bin und das ist nur noch mal toren das ist nur noch mal toren und das ist nur noch mal toren das ist nur mehr zuIR das war auch ganz wenig ich kann mal toren aus die報應 das ist nur noch mal toren ich kann auch nicht das ist nur noch mal toren das ist nur noch mal toren oh da ist ich hier rein oh schade von wem redet der? von uns? von mir? von dir? von euch? von uns? von euch ich klau dir mal ein bisschen fahren ne nicht die camps, sie bringen mir mehr wie dir ja nur das ich sonst hier in der gegend rumstehe und im kreis laufe komm hier holen ob ich den one on one'n kann danke ich bin gut im farm vorne ja eben und den kills und ich stehe mit null kills hinten und nütze mir den farm weg ok oh wir kommen in meiner ult ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Sie wollen fighten? Ja, von mir aus. Ja, Jax, das war in der Tat sehr optimistisch. Ryze ist halt gegen Ende einfach so tanky, ey. Loll. Hat sie mich getroffen und ich bin mit meinem Ulti raus und die ist mir hinterher geflogen? Hab ich das gerade richtig gesehen? Das war crazy. Also Ryze ist das erste Mal, als ich den noch vor Toplane spiele. Der ist zwar echt stabil. Aber wirklich einer zum... Ich sag mal zum... Äh... Denken kommen müssen. Zum Carrying ist der nix, aber auch irgendwie nix zum Ingen. Du spielst halt solide mit dem. Du kannst mit dem im Grunde nicht verkacken. Ja. 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 Ja.